Warte mal, bis ein paar Leute reinkommen. Jo, bleibt uns was gedacht. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Neue Runde, wieder mal Sonntag, Livestream. Warte mal, der Start ist hier schon automatisch. Ich warte mal noch, bis ein paar Leute reinkommen. Ist ja noch gerade eben erst 8 Uhr, wenn er direkt die Freispiele gibt, dann ist das natürlich immer... Muss man ein bisschen warten, bis ein paar Leute reinkommen, bevor man rein startet. Hi, Abend. Was geht alles klar, ihr? 15 Leute sind schon da. Ich würde sagen, wir warten mal. Hi, Lisa. Ich würde sagen, wir warten mal bis zu 30. Da sind, dann starten wir in die Freispiele rein. War heute auch 150 Weltkriemer Spiele. Heftig, Mann. Das ist kacke, Abend. Ich hoffe, das passiert uns heute nicht. Bei mir ist auch alles gut, vielen Dank. Ihr habt ja einmal dann kurz die Zeit, den Stream hier gleich einen Daumen hoch zu geben zum Starten, bevor ich in die Freispiele reingehe. So, 26 Leute, schon ab 30 wollten wir in die Freispiele starten. Kleinen Moment noch herzlich willkommen auf jeden Fall an jedem, der gerade neu dazugekommen ist. Falls jemand noch Bock hätte, den Kanal zu abonnieren, wir sind gerade bei 9.997 Abonnenten. Und 10.000 Abonnenten voll zu machen, wäre schon ein Meilenstein. Deshalb, wenn da jemand Bock hat zu supporten, gerne. So, 33 Leute. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die Freispiele. Hi, Captain Zorro. Was geht? Alles klar, bitte. Sehr schön. Die erste Verlängerung, sehr gut. Luca, was geht auch mal wieder da? Wie geht's dir? Alles klar? Sehr schön. Luca, warst du schon mal bei Novo Bratanz im Novo Line Livestream? Ich glaube auch noch nicht, ne? Habe dich da zumindest noch nicht gesehen. Oh, sehr schön. Nächste Verlängerung. Jetzt läuft's. Hi, Thomas. Was geht alles klar dir? Hi, Franzi. Na, wie geht's dir? Auch wieder dabei. Sehr schön. Oha, 4. Nicht schlecht. Pückler auch mal wieder am Start. Na, wie geht's? Alles klar? Das Spiel heißt Gold of Persia. Das ist praktisch so der Lucky Ladies Charm Ableger von Merkur. Und da wir beim Novo Line Stream ja gute Erfahrungen gemacht haben mit Lucky Ladies Charm, dachte ich mal, wir probieren das hier auch mal. Vor allem 5 Frauen gibt es 24 Euro, äh, 4 Frauen. Und 5 Frauen dann gleich 600. Der Unterschied ist ja riesig. Alles gut, kein Thema. Kein Thema, Luca. Tja, Captain, wer weiß. Keine Ahnung. Man kann ja nicht gleich auf 2 Euro starten. Da war die, glaube ich, ne? Die Lady. Ja. Sehr schön. Schon wieder Verlängerung. Scheinbar sind diese Lucky Ladies Charm mäßigen Spiele in letzter Zeit mein Ding. Also wenn, gewinne ich immer nur mit denen. Ach so, ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn auf die Zahl von 80, aber 4 Frauen geben 20 Bonus Spiele. 5 Frauen werden schon 25. Okay, das ist hier anders als bei Lucky Ladies Charm. Ja stimmt, Railroad hat mir auch letztens bei, Dings, bei Instagram hat mir einer geschickt, der hatte, ich glaube, 600 irgendwas Freispiele bei Railroad. Das war auch so ein Spiel, wo man ewig Freispiele hatte. Stimmt. Hast du recht, Luca. Der hat hier auf jeden Fall schon über 100 Euro gegeben und schon wieder 4, sehr schön. Wieder 24 Euro und 20 Freispiele. Der hat auf jeden Fall schon über 100 Euro geschmissen. Ich glaube, 150 oder so. Das wird eine sehr gute Runde, denke ich mal. Jetzt muss er doch mal langsam ein paar geile Bilder geben, nicht nur die Verlängerungen. Oder einmal 5 Frauen, an 600 Euro, dann sage ich natürlich nichts. 56 Zuschauer auf jeden Fall schon nach 6 Minuten, sehr schön. Herzlich willkommen. Falls jemand neu dabei sein sollte, gerne Kanal abonnieren. Wir können heute die 10.000 Abos voll machen, fehlen nur noch 3 Stück. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, das vielleicht noch im Stream auch zu schaffen. Wenn also jemand noch nicht den Kanal abonniert hat, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Genau, das wäre auch gut. Gut, dass du sagst, Franzi. Vielen Dank. Ja, habe ich auch schon gesagt, Thomas. Hoffentlich. Für den Frauen werden hier aber 600 Euro. Ich weiß nicht, ob es dort auch so viel waren. Und hier kriegt man noch 25 Freispiele auch noch. Also das Spiel ist sogar theoretisch stärker als Lucky Lady. Wenn er 200 Euro gibt, und ich glaube, das könnte sein, dass wir schon sogar schon 200 Euro gewonnen haben, wäre es schon echt eine gute Sache auf 40 Cent. Da kann man sich nicht beschweren. Hi Stefan, was geht ab? Alles klar bei dir? 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 Ah, da war die vierte. Zwar noch eine Verlängerung ist natürlich gut, aber vier werden 20 Freispiele und 24 Euro. Auf 10 Euro waren es 15.000, ja. Stimmt, jetzt kein Bock ehrlich gesagt zu rechnen. Thomas, wenn du Bock hast, kannst du ja mal nachrechnen, wer mehr gibt. Hier sind es auf jeden Fall 40 Cent 600. Das ist auf jeden Fall das 1500-fache, das heißt genau das gleiche, Stefan, äh, Thomas. K.O. vom Sport. Na, aber das ist ja ein gutes K.O. Okay, ein geiles Bild noch zum Abschluss, dann reicht es auch. Verlängerung muss auch nicht unbedingt sein, kann man noch Spiele wechseln, aber nochmal ein geiles Bild, ein guter Gewinn wäre nicht schlecht. 204 Euro, gute Sache auf jeden Fall, nehme ich mit ansonsten. So, jetzt muss ich mir das aussuchen, ne. Das beste Symbol ist der Delfin, das Boot ist das drittbeste. ASA ist nicht so besonders. Und der Delfin, sehr schön. Es ist immer ganz wichtig, den Delfin zu haben. Weil Delfin Vollbild, oder fünf Delfine sind auf jeden Fall schon 60 Euro. Das Spiel gibt gut. Ich liebe TRIPIKI. Interessant. Ich spiele es fast nie, also das war jetzt wirklich so eine Eingebung aus dem Nix und der gibt ganz gut. Ich habe leider den anderen Automaten nicht fertig, das heißt diesmal ist die Pause wirklich eine Pause, aber keine Sorge, nach der Pause zocken wir weiter. Deshalb nicht weglaufen gleich. Ah, die Gewinne sind schon nicht schlecht eigentlich. Einmal fünf Delfine wäre echt nicht schlecht. Das kann er machen. Da sind die fünf Delfine. Auf 60 Cent hat er wirklich gut geschmissen, muss man sagen. Wirklich gut. Starke Runde. Danke 21 Drater. Das wünsche ich euch allen natürlich auch, aber ich fürchte mit Spilo wird das nix. 156 Euro. Läuft. Guck mal, jetzt noch auf 4 Euro Freispiele, jetzt geht es richtig ab. Jetzt ist er warm. Ah, okay. Bei Aachen, ne, 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 alles klar. Ja, Jordan, musst du googeln ab 1000 Euro, oder Luca meint vorhin auch günstiger, musst du einfach googeln. Da findet man ja alle Preise, ist immer das Simpelste. Oha. Oha. Bis Hund, ja, kann sein, Alter, weil jetzt macht er ja zwei, drei Freispiele noch dazu, dann ist er schon bis Vogel. Muss nur noch einer kommen, dann ist er schon beim Hund. Also ich könnte mir vorstellen, ob das Auge noch macht. Bin gespannt. Und das nach gerade mal drei Runden, wenn er jetzt noch eine Verlängerung zum Beispiel gibt. Ne, besser nicht, Strocksy, lass mal bitte. Kein Auge machen. 127 Live-Zuschauer, krass. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Falls jemand neu dabei sein sollte, gerne Kanal abonnieren, dem Stream hier auch einen Daumen hoch geben. Dann kommen nämlich mehr Leute rein und es ist ja immer besser, wenn mehr Leute da sind. Wir streamen jeden Sonntag um 20 Uhr, damit ihr nichts verpasst. Unbedingt abonnieren und diese Glocke aktivieren. Oha, okay, er kommt wirklich bis zum Auge. Er kommt bis zum Auge, also jetzt gibt er richtig. Jetzt scheint er am Automat heiß zu sein. Perfekt, danke Air Jordan, vielen Dank. Hi Michael, was geht? Jetzt kommt schon ein Fünfer. Vier ist schon mal stark. Vier ist schon mal sehr stark. Oh nein, jetzt wieder diese Kaffeepause. Jetzt fängt er wieder durchzustoppen wie ein Penner. Wir haben ihm scheinbar zu viel gewonnen. Da ist die Fünferlinie. 200 Euro. Und noch ein Spiel, ein letztes. Das war's. Aber 28 AGs noch. Und dann kommt man über 1000 Euro. Und damit ist leider der Stream beendet. Weil das schafft er nicht mehr auszuzahlen. Schade. War auf jeden Fall eine supergeile Runde. Vielen Dank an jeden, der dabei war. Das war eine krasse Sache. Jetzt leider Cash Time und so weiter. Heute wird es leider nichts mehr. Vielen Dank auf jeden Fall, dass er eingeschaltet hat. Ich poste nochmal den Link rein von dem Novo Bratans Kanal. Den könnt ihr gerne abchecken, weil da machen wir in Zukunft Novo Line Livestreams. Und auf einem Automaten, wo es keine Pausen gibt, wie ein Spielbankautomat. Da gibt es keine Pausen, keine Cash Time, kein nix. Deshalb, da werden wir in Zukunft dann Livestreams machen. Gerne abonnieren, weil wir brauchen unbedingt die 1000 Abonnenten. Wir sind gerade bei 770. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Gute Nacht. Haut rein. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao. Oder vorher bei dem Novo Bratans Kanal. Wie gesagt, da kommen die Streams in unregelmäßigen Abständen. Auch ohne Ankündigung. Deshalb einfach abonnieren. Glocke aktivieren. Denn dann letztes Mal haben wir Mittwoch gestreamt, Samstag gestreamt, nee Freitag. Deshalb gerne vorbeikommen. Haut rein. Ciao.